Ja Freunde, mit diesem wunderschönen Blick durch dieses wunderschöne Fenster in unseren Vorgarten begrüße ich euch recht herzlich zurück zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute befinden wir uns auf der Charme Rock Rallye, die jetzt seit einigen Tagen für den LS19 verfügbar ist. Das Ganze ist wieder für PC und Konsole verfügbar, also endlich einmal für die Konsole wieder eine schöne Mod-Karte. Ich würde sagen, wir starten gleich einmal mit unserer kleinen Mod-Vorstellung. Ich will euch wieder einen groben Überblick über die Karte verschaffen. Diese Karte gab es ja im LS17 schon, da habe ich sie ebenfalls schon auf meinem Kanal vorgestellt und jetzt natürlich im LS19 ist die Karte natürlich hier auf meinem Kanal wieder dran. Es ist eine erste Version, die Karte ist eben auf Mod-Tab zum Download verfügbar. Download-Link kommt natürlich in meine Videobeschreibung. Wir schauen uns ganz zum Anfang einmal die PDA-Übersichtskarte an. Die Karte ist wieder sehr, sehr schön ausgearbeitet, also es ist alles schön beschriftet hier. Wir haben hier sogar eine rote Linie, wo praktisch die Fläche oder das Areal markiert wird, wo wir auch spielen können, beziehungsweise das wir auch betreten können. Das finde ich auch eine schöne Idee, weil wir sehr, sehr viel Hintergrund oder Hinterland haben bei der Karte. Da ist wirklich die Map-Grenze nicht gleich auch das Kartenende, sondern es geht noch hinter der Map-Grenze weiter, aber die können wir natürlich dann nicht mehr betreten. Wir sehen schon, wir haben natürlich hier sehr, sehr viel Grünland, wie eben in Irland das so ist. Die Karte spielt eben in Irland. Wir haben hier Linksverkehr natürlich verbaut. Das ist alles sehr, sehr schön umgesetzt. Aber wir haben hier, wie man auch sieht, sehr, sehr schöne Beschriftungen. Also wir haben hier eben die Shamrock Valley Farm. Das ist eben unsere Farm. Wir haben dann immer wieder solche platzierbaren Flächen. Eigentlich nur diese platzierbare Fläche, oder? Ja, also dass ich mich hier nicht verrede. Wir haben hier eben eine platzierbare Fläche, die ist sogar hier ausgewiesen. Also als platzierbare Fläche, oder praktisch als Fläche für platzierbare Objekte, so ist es besser ausgedrückt. Dann haben wir hier rüben noch einen Forstbereich, eben mit F gekennzeichnet. Dann haben wir hier herunten noch das Dorf, das hier ebenfalls noch mit dabei ist. Und natürlich auch noch eine zweite Farm, die hier auch noch mit dem C beschriftet ist. Also das ist alles recht schön gemacht. Wenn wir kurz die Taste X drücken, dann sehen wir schon, uns gehört schon einiges auf der Karte. Also die ganze Geschichte zwischen den Feldern, die Straßen, das Dorf, das gehört alles schon uns. Von Anfang an, ich spiele hier auf leichtesten Spielstand, kann natürlich von Spielstand zu Spielstand wieder variieren, oder Schwierigkeitsgrad variieren, das ist ganz klar. Uns gehört auch schon diese Farm, oder besser gesagt alle zwei Farmen auf der Karte. Dann gehören uns hier schon einige Felder, auch hier heroben schon einige Felder. Und hier das Feld 6 und 7, das eben Grünland ist. Das Feld 2 ist ebenfalls noch Grünland, das uns schon gehört. Im Großen und Ganzen wirklich wieder sehr, sehr schön verarbeitete Karte. Wir haben auf der Karte eben auch Verkehr verbaut, Linksverkehr eben. Wir haben auch sogar Traktoren verbaut, die auf der Straße rumfahren. Wir haben Boote verbaut, die unten in der Bucht dann rumfahren. Das schauen wir uns alles gleich später an. Ich würde sagen, wir starten jetzt einmal. Startpunkt der Karte ist eben hier in unserem Schlafzimmer, in unserem Farmhaus. Das finde ich immer eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wir können hier sogar das Fenster öffnen, wir können das Haus wirklich komplett betreten, können sämtliche Türen öffnen, können Licht an- und abschalten. Also auch hier können wir natürlich hier schlafen gehen, also das funktioniert auch beim Bett hier natürlich. Können wir dann auch die Nacht überbrücken. Ja, wenn wir durch die Türe kommen, dann schauen wir weiter hier, können wir hier auch noch was öffnen. Jawohl, hier ist beispielsweise unser Arbeitszimmer, also auch das wurde schön gemacht. Hier ist sogar am Bildschirm ein Bild der Karte. Wenn ich hier rüberkomme, sieht man, jawohl. Also das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Ist etwas schwierig, da man hier immer überall hängen bleibt. Ja, das könnt ihr euch dann alles selbst anschauen. Also hier ist wirklich jeder Raum zum Betreten. Also wir haben hier noch Badezimmer, glaube ich. Ja, hier ist das Badezimmer eben. Und wir können dann hier natürlich auch runtergehen. Der erste Stock, oder besser gesagt das Erdgeschoss, ist ebenfalls voll eingerichtet. Also auch hier sieht man, können wir überall reingehen. Wir gehen aber jetzt einmal raus hier aus unserem Haus. Wir wollen ja nicht das Haus anschauen, sondern wir wollen uns ja die Karte etwas genauer anschauen. Hier in unserem Vorgarten eben, wo wir da oben, wo das Fenster geöffnet ist, rausgeschaut haben. Also das ist auch eine schöne Sache hier. Hier haben wir dann das Einfahrtsdoor, das wir ebenfalls öffnen können. Wir benötigen dazu keinen zusätzlichen Mod. Also das kann man alles ohne zusätzlichen Mod dann öffnen auch. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen schneller laufen. Wir haben dann hier verschiedene Stallanlagen, wie man sehen kann. Also wir haben hier auf der heroberen Farm, haben wir hier einmal die Kuhweide natürlich. Dann haben wir hier rüben die Schafweide. Und unten haben wir dann noch den Pferdestall. Da haben wir den Hühnerstall und das Schweinegehege. Also alle Tiere hier auf der Karte schon verbaut eigentlich. Also da ist alles schon mit dabei. Eben je nach Schwierigkeitsgrad gehört das schon uns. Die Trigger sind eigentlich im Großen und Ganzen, was ich gesehen habe, recht schön markiert. Also man findet sich hier recht schön zurecht. Wir haben hier auch wieder diese sehr, sehr schönen Güllebecken, die mir sehr, sehr gut gefallen haben im LS17 schon. Wir haben hier einzelne Unterstellmöglichkeiten. Auch hier lassen sich die Tore wieder öffnen. Wir haben hier eine Werkstatt beispielsweise, wo wir unsere Fahrzeuge konfigurieren oder auch natürlich reparieren können. Dann können wir auch hier das Tor wieder öffnen. Da kommen wir raus auf die Straße. Es sind hier Bilder angebracht oder besser gesagt Schilder angebracht, wo wir uns befinden, was hier gerade alles ist. Hier ist gerade ein bisschen ein Stau. Jawohl, also das schauen wir uns dann an. Wir haben dann hier noch mehrere Unterstellmöglichkeiten, wie man sieht. Auch hier können wir überall reingehen. Wir können hier Lichter, glaube ich, sogar anmachen, oder? Jawohl, Licht anschalten. Also auch das funktioniert hier. Hier haben wir sogar so, ja, ist immer Geschmackssache, dieses Licht mit diesem Nebel hier ein bisschen drinnen. Ja, wenn man es nicht sehen will, kann man es ja abschalten. Also das funktioniert ja hier, wenn ich es schaffe, es abzuschalten. Ja, Licht ausschalten. Also, das funktioniert alles. Wir haben hier verschiedene Stationen, wo wir wahrscheinlich auch Dünger kaufen können, oder nicht? Nein, das ist nur Deko. Also dieser Düngertank hier ist nur Deko. Das müsste man sich dann noch im Detail etwas genauer anschauen, was man dann wo alles bekommt. Da kann ich in dieser kleinen Mod-Vorstellung jetzt nicht eingehen. Ich hoffe, ihr versteht das auch. Wir kommen dann hier zu unserem ersten Feld, zu unserer ersten Wiese. Und hier, weil wir gerade herunten sind, sieht man schon, endlich hat es jemand geschafft, auch einen Traktor natürlich hier im Verkehr rumfahren zu lassen. Was Giants leider wieder nicht geschafft hat, standardmäßig im LS19 unterzubekommen, ist jetzt hier auf der Karte natürlich verbaut worden. Wir haben dann hier eben, ja, kann ich jetzt, oder werde ich jetzt nicht alles im Detail eingehen, aber man sieht, glaube ich, schon recht schön, wenn wir jetzt von hier oben drauf schauen. Wir haben hier zwei Keilsilos. Wir haben eben hier den Kuhstall, die Kuhweide, einzelne Unterstellmöglichkeiten und hier vorne haben wir dann noch das Farmhaus, das wir eben betreten können. Das haben wir uns ja auch schon angeschaut. Hier oben hat man eben dann diese Fläche, wo wir platzierbare Objekte platzieren können. Ist im LS19 nicht mehr ganz so wichtig. Ist natürlich schön, dass sie da ist, da man auch selbst das Ganze modellieren kann. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich eine schöne Idee auch wieder. Wir haben auch natürlich immer wieder Bäume verbaut, die wir auch umsägen können. Also das kann man dann so gestalten, wie einem das so recht ist. Wir haben dann hier eher einzelne Abladestellen. Also wir können hier dann verschiedenste Sachen verkaufen. Haben hier eine Tankstelle. Hier steht sogar noch ein Traktor rum. Hier müsste auch irgendwo der Händler sein, oder? Jawohl, hier ist auch der Händler. Darum steht hier ein Traktor. Wir können vermutlich hier den Händler betreten. Nein, wir können hier einmal die Türe öffnen. Und können hier wahrscheinlich die Fahrzeuge konfigurieren und verkaufen natürlich. Oder auch reparieren. Händler betreten, Händlersymbol haben wir hier irgendwo eins. Oder können wir das nur über die Taste B machen? Nein, natürlich können wir das nicht. Wir können natürlich hier ganz stilgemäß reingehen. Und können hier den Händler betreten. Wir können hier wieder sauber rausgesetzt. Also hier auch einzelne Ausstellungsgeräte, die hier mit am Start sind. Wir gehen dann weiter in dieses kleine Dorf hier. Recht schön gestaltet. Hier geht sogar ein bisschen der Wind. Die Bäume biegen sich hier ein bisschen. Also auch das wurde recht schön umgesetzt. Ja, immer wieder kleine Staus hier. Das habe ich mir zuerst schon gedacht. Die Fahrzeuge scheren hier wirklich sehr, sehr weit aus, kommen sogar auf die Bushaltestelle und fahren dann weiter. Wenn dann gerade ein Fahrzeug, ein anderes Fahrzeug kommt, kann das natürlich etwas schwierig werden. Aber das stört uns jetzt weiter nicht. Das kann dann noch gefixt werden. Man sieht hier schon, wir haben auf der Karte natürlich, oder die Karte ist wieder hügelig gestaltet. Also mit steilen Hängen oder eher steileren Hängen, nicht allzu steilen Hängen. Aber man sieht schon, wir haben eben keine flache Karte. Wir haben hier wieder wunderschöne Brücken, die hier verbaut sind. Von der Landschaftsgestaltung her sehr, sehr schön gemacht. Wieder Zäune hier, die auch Kollision haben. Also die sind nicht nur Deko, sondern die haben auch Kollision. Eisenbahnbrücke hier. Dann sieht man hier unten das Sägewerk. Hier können wir dann eben das Holz verkaufen. Ja, auch schön gemacht hier. Die Stämme sind hier im Wasser drinnen. Wir müssen sie aber allerdings hier heroben verkaufen. Also können sie nicht ins Wasser kippen. Aber im Großen und Ganzen, schönes Sägewerk hier, das hier mit am Start ist. Hier können wir den Schranken wahrscheinlich auch öffnen, oder? Hoffe ich einmal. Oder ist der allein zeitgesteuert? Gibt es auch nicht. Oder gehört uns das Ganze noch nicht? Doch. Ja, das wäre wieder eine interessante Sache, wie wir auf das Sägewerk kommen. Vielleicht können wir den von innen öffnen. Nein, der will uns nicht. Okay, das wäre noch eine Sache, die man abklären müsste, wie man eben auf das Sägewerk kommt. Ansonsten hier wirklich wieder schöne Gestaltung. Also wenn man hier so rauf läuft einmal, sieht man schon sehr, sehr schön gemacht. Mit diesen Mauern, die gefallen mir immer sehr, sehr gut. Zäune, das hat alles Kollision auf der Karte. Also das kann ich gleich dazu sagen. Alles, was hier verbaut ist, hat tatsächlich auch Kollision. Man sieht schon diese Offenheit der Karte, oder besser gesagt, diese offene Gestaltung bei der Map-Begrenzung. Also man kann hier wirklich sehr, sehr weit in die Ferne gucken. Dann kann man hier auch noch drüber gehen zu dieser kleinen Burg. Es sind Fußgänger verbaut. Wie man sieht, Verkehr haben wir schon gesehen. Wir werden hier mal ein bisschen schneller fliegen, dass wir hier mal ein bisschen rüber kommen zum Hafen. Hafengebäude auch wieder sehr, sehr schön gemacht. Natürlich, wir haben hier Abladestellen verbaut, sehr, sehr viele. Wir haben hier Sachen verbaut. Also wir können hier, Biogasanlage ist hier verbaut, können hier das Ganze wieder entnehmen. Die Gärreste dann zum Düngen unserer Felder. Ich glaube, man kann hier sogar, vermute ich einmal, Saatgut kaufen oder auch nicht. Das müsste man dann auch wieder ausprobieren. Auch hier wieder sind natürlich alles beschildert, Biogasanlage. Also hier kann man dann wirklich alles sehr, sehr schön umsetzen. So, was haben wir hier? Hier haben wir den Viehhändler, habe ich mir schon fast gedacht. Also hier Viehhändlergebäude. Wir können hier das Tiermenü öffnen, können dann sagen, wo wir unsere Tiere dann auch hinliefern oder wo er unsere Tiere hinliefern soll. Können wir natürlich auch selbst hier abholen, aber das kann man dann alles so machen, wie einem das recht ist. Hier haben wir dann noch ein paar Zelte hier, einen kleinen Art Campingplatz neben dieser Wiese. Dann haben wir hier rüben noch das kleine Dörfchen hier. Auch schön gestaltet, wenn man hier so reinschaut in das Dorf. Also das sieht wirklich, wirklich sehr, sehr schön aus. Hier drüber über die Brücke, also hier auch Fußgänger natürlich verbaut. Enge Straßen hier, also mit größeren Geräten wird es dann hier etwas schwieriger. Dann haben wir hier noch Felder, die wir auch nicht betreten können. Also das meinte ich jetzt mit der Grenze. Man sieht diese rote Linie. Also diese Felder hier kann man noch nutzen, aber weiter kann man dann nicht mehr rauf gehen. Was ich sehr, sehr spannend finde eben, wenn man hier so fährt, dann sieht man wirklich in die Ferne. Also das sieht man oder das wird einem so vermittelt, dass die Karte nicht gleich zu Ende ist, sondern dass sie wirklich noch sehr, sehr weit nach hinten läuft. Auch die Feldwege hier sind sehr, sehr schön angelegt. Also Gras texturmäßig wurde sehr, sehr viel verändert. Also Bodentextur wurde verändert. Die Getreidetextur wurde verändert. Also das ist wirklich alles sehr, sehr schön gemacht worden oder sehr, sehr viel verändert worden auf der Karte. Auch hier sieht man, wir stehen jetzt hier an, also wir können da nicht weiterlaufen. Wir können diese Felder natürlich noch benutzen hier, aber hier oben ist dann auch Schluss. Also die Fahrzeuge fahren eben weiter, aber wir können dann auch nicht mehr weiterlaufen. Also man sieht schon, sehr, sehr schön umgesetzt. Wir haben dann hier die nächste Farm, wo sich natürlich unsere Pferde befinden, dann unsere Hühner befinden und unsere Schweine befinden. Also hier auch wieder alles sehr, sehr schön angelegt. Also hier können wir vermutlich wieder Sachen kaufen oder auch nicht. Also da blicke ich noch nicht ganz durch. Träger ist hier keiner, also können wir wahrscheinlich hier auch kein Saatgut und Dünger kaufen. Ansonsten sind die Ställe natürlich wieder selbsterklärend, würde ich sagen. Also da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Hier schönes Einfahrtsdor, also auch das recht schön umgesetzt. So, von den Tieren her haben wir uns, glaube ich, die Schafe noch nicht angeschaut. Da schauen wir auch noch kurz vorbei. Wenn wir hier drüber fliegen, sieht man eben wieder wunderschön dieses Gelände hier, das hier schön angelegt ist, ist durch diese Sträucher ein bisschen getrennt. Die haben keine Kollision oder fast keine, nur die größeren. Die kann man aber, glaube ich, auch dann wegschneiden. Also ob man die Büsche entfernen kann, weiß ich nicht. Also das müsste man ausprobieren, ob man das Ganze entfernen kann. Aber ja, das wäre dann eben einmal zum Ausprobieren oder zum Versuchen. Also wir haben dann hier noch diese Schafweide, die wir uns noch ganz kurz anschauen wollten. Man sieht hier gleich neben der Tankstelle ist eben diese Schafweide. Da gibt es eigentlich gar keinen Stall dazu. Also hier kann man dann eben seine Schafe abliefern. Und die sind dann hier auf der Weide, sind hier immer im Freien. Da wird wahrscheinlich das Schafwolle spawnen. Also auch das ist hier alles recht selbsterklärend. Wir fliegen wieder zurück zu unserem Hof, zu unserem Ausgangspunkt. Und werden hier ein kurzes Fazit über die Karte ziehen. Also ich hoffe, ich konnte euch wieder einen kleinen Überblick über die Karte verschaffen. Ich habe wieder mein Bestes versucht, natürlich das Ganze so kurz wie möglich zu halten. Wir sind schon wieder bei 15 Minuten angekommen. Aber das passt für eine Mod-Vorstellung oder Map-Vorstellung sehr, sehr gut, wie ich finde. Kurzes Fazit zur Karte. Wir schauen auch noch kurz in die Log. Die Log, wie man sieht, ist sauber. Wir haben eigentlich keine FPS-Einbrüche. Wir haben durchgehend 60 FPS auf der Karte. Also von der Performance her ist diese Karte auch auf jeden Fall in Ordnung. Von der Gestaltung her, ja, gefällt sie mir richtig gut eigentlich. Sie ist nicht vom Detailgrad komplett ausgearbeitet vielleicht, dass die allerallerletzten Details fehlen vielleicht noch. Aber im Großen und Ganzen die Höfe sind sehr, sehr schön gestaltet, sehr, sehr detailreich gestaltet. Also das ist schon einmal ein riesengroßer Pluspunkt. In meiner Bewertung auf jeden Fall 5 von 5 Sternen wert. Das ist mir, glaube ich, beim Download schon klar gewesen. Wenn diese Karte wie im LS 17 gestaltet ist, dann habe ich mir gedacht, geht hier auf jeden Fall nichts mehr schief. Was mir sehr, sehr gut gefällt, dass es endlich ein Traktor auch in den Verkehr, in den KI-Verkehr geschafft hat. Also das ist schon einmal ein riesengroßer Pluspunkt auch. Und ja, da kann sich Giants vielleicht für den nächsten LS etwas abschauen, dass hier endlich einmal in den Verkehr auch Traktoren mit reinkommen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mein Video auch bewerten würdest. Und wenn du mich natürlich noch nicht abonniert hast, auf jeden Fall abonnieren. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.